Die Anzahl der Insolvenzen steigt in Deutschland aktuell im Rekordtempo. Der Wirtschaftsminister ist stolz auf seine Leistung und wir verlieren unsere Zukunft und unsere Jobs in Deutschland. Es ist so krass, während viele Politiker immer noch vom grünen Wirtschaftswunder faseln, sterben deutsche Unternehmen wie die Fliegen weg. Die Ökonomen sprechen hier vom Sterben der Zombie-Unternehmen. Es sind Unternehmen, die kein zukunftsweisendes, tragfähiges Geschäftsmodell haben und dennoch sind sie am Leben und beschäftigen Arbeitnehmer. Ihre Zahl steigt seit Jahren konstant an und das ist ja auch logisch. Es gibt bei uns wenig Weiterentwicklung, wie das Ergebnis einer Studie des Beratungshauses Körny zeigt. Es sind konkret Unternehmen, die seit Jahren nicht mehr in der Lage sind, mit ihrem operativen Ergebnis ihre Zinslast zu decken oder gerade ebenso zu decken. Die Gründe sind der schnelle Zinsanstieg, Inflation, hinzu kommen noch hausgemachten Anstieg der Energiekosten und fehlendes Fachpersonal. Also in Summe ein toxischer Cocktail. In diesem Video zeige ich dir, welche Branchen es konkret trifft und du kannst selbst überprüfen, ob dein Arbeitgeber mit auf dieser Liste steht. Und kannst dir selbst überlegen, welche Konsequenzen das für uns alle hat. Aber auch, was unser Wirtschaftsminister aktuell am 11.8. zur Lage der Nation gesagt hat und auch, welches Rezept er scheinbar aktuell hat, dieses Problem zu lösen. Mein Name ist Dr. Florian Roski, ich bin Analyst, Investor und Macher und in meinen Videos nehme ich dich mit auf meiner persönlichen Freiheitsreise. D-Status meldet ein Anstieg der Regelinsolvenzen, haltet euch fest, um 23,8% zum Feuer. Die Frage, die sich nun viele stellen ist, droht Deutschland eine Pleitewelle? Folgende Branchen kommen jetzt so richtig unter Druck. Die Baubranche, Gastgewerbe, Banken und ihre Filialen, der Einzelhandel, Onlinehandel, Automobile, Zulieferer, der Bereich Handel, Instandhalte und Reparaturen von Kraftfahrzeugen und natürlich alle Existenzgründungen, die noch keine Zeit hatten, sich ein Finanzpolster aufzubauen. Deutsche Politiker scheinen aber dieses Problem komplett zu ignorieren. Unser Wirtschaftsminister gab am 11.8. in einem Interview Folgendes dazu bekannt. Er sei stolz auf seine Leistung. Er findet, dass was er im Moment mache, ist das Beste, was er in seinem bisherigen politischen Leben gemacht habe. Er spüre kein Bedauern, sondern würde in seiner Arbeit aufgehen, gab er in einem Interview zu. Da fehlen mir echt die Worte. Deutschland ist unter der Ampelkoalition in eine Rezession gerutscht. Die Wärmewende bereitet Millionen Haushalte und Wohnungsbesitzer echtes Kopfzerbrechen. Die Inflation sorgt für hohe Lebensmittelpreise. Die Mieten steigen. Die Wohnungsnot nimmt immer stärkeres Ausmaß an. Benzin und Diesel sind teuer. Immer mehr Industriebetriebe wandern ab, verlagern Produktionskapazitäten ins Ausgleich oder investieren einfach nicht mehr in Deutschland. Der deutsche Mittelstand bricht zunehmend zusammen. Und es wird immer krasser. Anstatt hier entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten und den deutschen Wirtschaftsstandort wieder wettbewerbsfähiger zu machen, werden Milliarden ausgegeben, um nichtdeutsche Chip-Produzenten wie Intel und TSMC wettbewerbsfreundlich deren Produktion zu subventionieren. Ihr hört richtig. Wir laden fremde Unternehmen ein, hier ihre Chips zu produzieren. Und die Chipsproduktion, die subventionieren wir mit deutschen Steuergeldern. Und das soll dann die zentral planwirtschaftliche Idee sein, Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen. Ist klar, ne? Ich als Unternehmer lede jede Art von zentral planwirtschaftlicher Subvention ab. Das hat gar nichts mit Kapitalismus und Wettbewerbs zu tun. Das ist reine Planwirtschaft. Ich bin ein Fan davon, Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen. Wir waren einst bekannt für Fleiß, Qualität, Pünktlichkeit und günstige Energie. Nun ändern wir die Richtung in Regenbogen-Zebrastreifen. In die Vier-Tage-Woche statt Noten gibt es Blümchen in den Schulen. Und wir führen wieder Krieg, anstatt zu verhandeln. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist deine Meinung dazu? Ist Deutschland noch zu retten oder sind wir schon verloren? Ich würde mich über dein Kommentar unter diesem Video freuen. Übrigens sind noch Plätze da für unsere Dubai-Investoren-Tour. Denn gerade in irren Zeiten mit sehr speziellen Führungspersonen macht das einfach Sinn, das eigene Vermögen zu diversifizieren, um es vom Zugriff zu schützen, von Menschen, die scheinbar null Respekt haben vor dem Privateigentum und vor der vergangenen Leistung einer Nation. Dir die besten Grüße, dein Dr. Florian Roski aus Nürnberg.